Ich hatte schon wieder Vorfahrt. Was rammt die alle ein? Was soll der Scheiß? Da habe ich erstmal PNS, wenn das so weitergeht. Hier steht ein unbesetzter Bullet. Ist der offen? Nein. Kannst du damit fahren? Ja. Ein schwarz-weißer Bullet. Keine Fraktion hat die schwarz-weißen Bullet. Ich würde mal sagen lackiert. Aber Fraktionsautos haben immer die gleiche Farben. Die weichen nicht voneinander ab. Ghostly Family hat ja auch keine mal grün, mal schwarz, mal pinke. Boah, da war Dadri 2. Ah, Dadri. Was war sowas von? Hat mir nur ein 4. Oh ja. Ja. Fail. Ab ihn. Ah, sehr gut. B ist ein, okay. Da kann man doch eigentlich auch hinlaufen. Da muss man sich doch kein Taxi für 137 Dollar holen. Doch. Ich fahre natürlich keine Abkürzung. Ich fahre immer den schnellsten Weg über die normalen Straßen. Ja, ist so. Komm. Er kann Escobar. Oh man. Ja, ich habe gerade übrigens wie gesagt 100k bei Visen bekommen. Wegen Entschädigung. Von wem? Äh, Escobar Jeremy. Ach so. Weil der SDM auf mich ausgeübt hat, aber. Geh doch mal weg da. Hi. Da ist er ja. Antonio Leone. BM Berg. Okay. Antonio. Antonio. Oh. Level 57? Hihihi. Alter. Ich fahre hier gerade eine Level 57er durch die Gegend. Hallo? Hm? Noch da, ja? Ja, so ein bisschen, ne? Alter. Alter. Ich habe gerade zwei zur O am Base gefahren und habe dafür 10 Ertrinkgeld bekommen. Ich fahre meinen Kunden mal tot. Geh mal bitte auf, gib mal bitte ein Old Name und ein 102. Was? Old Name. Zusammengeschrieben und dann 102. Warte. Hä? Ja, egal. Warte. 102. 102? Hä? Old Name? Alter. Man kann auch die alten Namen durchsehen. Ja. Ich habe einen Time-Bug, glaube ich. Oh Mann. 22.01 ist bei mir. Ja, höre ich auch. Hast du Old Name zusammengeschrieben? Äh, ja. Bin ich blöd? Warte. Ich kann auch keinen T drücken. Achso, er hat keinen. Hä? Komisch. Hä? Meine Tastatur ist gerade am sterben irgendwie. Cool, 10.000. 10.000? 10.000? Ja. 10.000 Trinkgeld von Level 57. Nice. Hat er in der Taxi gerufen, aber rennt weg. Ja, Bunny Hopper, nice. So, eben. Buch. Follow. So. Weben BSN, äh, BSN-PNS. Weben Penis. So, ID, ich hab mal im Slash-Art-Chat ID i333. Lol, ja, meine Tastatur ist gerade wirklich am sterben irgendwie. Ich mach den nächsten Nitro geht an. Hast du ne Kabellose? Äh, ich hab ne, äh, Laptop. Achso. Richtig. Jetzt guckst du mich grad übelst an, dass die dazu stirbt. Habe ich dazu für Backfett reingeschwirt oder was? Was für ein Fett? Backfett. Äh. Also, Outer City habe ich gestartet vor der Aufnahme, das weiß ich. Also, muss ich schon mal nicht nachsynchronisieren. Also, musst du nicht nochmal Backfett nachsynchronisieren? Backfett nachsynchronisieren. Backfett nachsynchronisieren. Was ist das Schlagwort? Oh, ne, Blitzer. Backfett. Stopp. Lol. Wo ist mein Bike? Was fällt Ihnen zu dem Begriff Backfett ein? Mhm. Das Wort habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Backfett? Backfett, ja. Das war wirklich so. Kennst du Pete's Meaty? Oh Gott. Da gibt es so eine lustige Stelle. Best of. Wo? Warst du das gerade? Pausinatra? Ja. Ja. Cool, kein Drehlung. Ne, klasse. Irgendwas. Weißt du, da sagt einer so, ich wusste nicht, dass Nougat nicht das Faktor von 9,7 hat. Also, im Sommer immer schon mit Nutella einreiben, ja? Dann sagt einer so, ich brauche mich nicht mit Nutella einreiben. Ich, äh, ich wasche mich immer mit Öl. Ja, und ich wasche mich immer mit Backfett. So dumm. Oh man. Halt und drehen. Ich wollte, ich habe ganz vergessen, dass ich eben zum Dings wollte. Zum Fisch. Oh, amtlaufen. Freeway, auf Freeway. Hör auf, ich habe meine Karre gerade erstmal gewaschen. Nein, 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 nein. Hammer. Bist du verrückt? Hammer, Hammer. Bist du verrückt, mein Freund? Etwas, ja. Alter. Guck mal. Ja, toll. Warte? Ja. Oh, ja. Okay. Brennt. Knapp. Brennt. Muss ich keinen Schritt bezahlen? Doch, muss ich, aber ich muss weniger Schritt bezahlen, weil du hast dann keinen Schritt mehr verbraucht. Ich will auch mal hochzufischen. Ich fisch doch gar nicht hoch. 1700 Dollar hat mir der Scheißding gerade gekostet, ne? Fischen. Scheiße. Oh. Flash Fisch. Ich habe den noch nicht, ich habe den noch nicht losgeführt. Ach, ich wollte ja verkaufen. Fuck. Fisch ist da, sehr gut. Nimmst du mich gleich mit? Release Fisch. 4. Engine. Nein. Komm schon. Nein. Willst du dann 137 Dollar pro Fahrt bezahlen? Äh, pro Sekunden, pro 15 Sekunden? Hm, was? Willst du dann das Geld bezahlen? Ja, sicher. Ja, dann kommen wir... Ich muss eben nur kurz... Hm. Ich habe fünfmal geangelt und einen Fisch bekommen. Ich habe noch vier Stück offen. Die könnte ich alle verkaufen? Nein. Die könnte ich nicht alle verkaufen. Release 3. Mano. Ich habe einen Keybinder, der wirft alles unter 20 LBS automatisch weg. Muss ich mir denn nicht, ja. Sesh, Release. Ach, wie geil. Überschlag den Rasch bin jetzt Riesenkicker. Warte, wie heißt das immer? Throwback All. Ja. Alter. Haha, geil. Ja. Komm, mein Herr. Ist mir egal, wo du hinfährst. Okay. Erst um 24.8. Wo ist denn der nächste hier? Oben beim... Wo ist denn der nächste 24.7 hier? BSN. Achso. Also doch. Im BSN-Tank, um genau zu sein. Da kann ich aber nichts verkaufen. Ja? BSN-Tank kannst du auch slash bei machen. Ach. Das ist genauso robbar wie der normale 24.7, den du als Navi-Punkt bekommst. Ach, cool. Guck mal, dein Taxi. Hallo? Ach, noch 40 Minuten bis Payday. Ich glaube, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf GTA. Na? Verarschen? Ja. Nein. Also... Los. David Young. So, Mann. Ich habe jetzt gerade irgendwie voll Bock auf Osu. Ach, okay. Guck mal, der Highlighter war. Ja. Da steht ein... Was für hobbylose Mädels. Parken die einfach mal hinten. Ja, da sind ja alle ausgelockt. Wie wollen wir nochmal Fisch verkaufen? Äh, Slash... Sellfisch auseinander, mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 1, 168, 252... Ich habe mal einen 150.. ... äh, ich habe mal einen 110 LBS-Fisch verkauft und habe dafür, ich glaube, 2.000 bekommen. So, ich hab, ja Wie viel hab ich jetzt? Ungefähr 700 So Guck mich mal an Tschüss Leute Ich bin jetzt mal weg Sprich, ich Vielleicht bin ich noch weiter Auch in Skype oder was? Ja, was weiß ich In Skype bleib ich jetzt noch ein bisschen Ich will nicht, dass du jetzt weg bist Ja, okay, ich bleib mit Skype Aber es ist zwar große, spricht brainhaft Aber nur ein bisschen Ach, ich überleg gerade mal Was soll ich jetzt noch machen? Eigentlich hab ich ja jetzt auch mittlerweile schon genug aufgenommen Riesenkicker ey, das ist ja der Hammer Ach, ich glaub das reicht Dann mach ich mal Schluss für heute Und sehen wir uns Nachher wieder Ja Ja Und hier